Die ehemalige Verkehrssenatorin Manja Schreiner ist neue Hauptgeschäftsführerin der IHK Berlin. In einer Vollversammlung der IHK wurde darüber abgestimmt. Schreiner bringt umfangreiche politische und verwaltungstechnische Erfahrung mit, die sie nun in die Berliner Wirtschaft einbringen kann. Während ihrer Zeit als Senatorin war sie bekannt für ihren engagierten Einsatz und ihre strategische Herangehensweise. Mit ihrer neuen Position möchte Schreiner die Interessen der Berliner Unternehmen stärken und die wirtschaftliche Entwicklung der Hauptstadt weiter voranbringen. In Berlin wird diese Woche die hunderttausendste elektronische Gerichtsakte, E-Akte, eingeführt. Die E-Akte ist bereits bei vielen Zivilgerichten im Einsatz. 2025 folgen weitere Amts- und Strafgerichte. Sie macht Gerichtsverfahren moderner, erleichtert den Zugang für Bürger und ermöglicht den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz. Bis 2026 sollen alle Gerichte die E-Akte verpflichtend nutzen. Justizsenatorin Dr. Philor Badenberg und die Berliner Justiz loben den Fortschritt als wichtigen Meilenstein. Heute wurden Berlins beste Handwerker im Roten Rathaus geehrt. Der Bürgermeister Kai Wegner und andere wichtige Personen lobten ihre großartigen Leistungen. 24 Meister sowie 30 Gesellen bekamen Auszeichnungen. Die Ehrung zeigt, wie wichtig das Handwerk für Berlin ist und wie viele Chancen es bietet. Das Handwerk sichert Berlins Zukunft und inspiriert junge Menschen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg setzt Regentonnen an Schulen ein, um Regenwasser zu sammeln und nachhaltig zu nutzen. Vier Schulen haben bereits solche Tonnen und weitere Folgen. Die Tonnen helfen, Wasser zu sparen, Pflanzen zu gießen und den Klimawandel besser zu bewältigen. Außerdem gibt es eine neue Regenwasserbank, die Wasser speichert und gleichzeitig ein schattiger Sitzplatz ist. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann lobt das Projekt als wichtigen Schritt für Klimaschutz im Bezirk. In Berlin gibt es jetzt den Gründungsbonus Plus, ein neues Förderprogramm für junge Unternehmen. Gründer können bis zu 50.000 Euro Zuschuss für Kosten in den ersten 18 Monaten nach Gründung beantragen. Gefördert werden unter anderem Personalkosten, Material- und Betriebsausgaben. Das Programm unterstützt besonders nachhaltige und innovative Geschäftsideen sowie Sozialunternehmen. Ziel ist es, Berlins Wirtschaft zu stärken und die Stadt als Start-up-Hauptstadt weiter auszubauen. Am 10. Dezember wird der Tag der Menschenrechte gefeiert. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 beschlossen wurde, schützt die Rechte aller Menschen weltweit. Doch auch heute gibt es immer noch viele Menschenrechtsverletzungen. Bezirksbürgermeister Bewich betont, dass sich alle gegen solche Verletzungen einsetzen müssen. In Spandau sind Aktionen wie die Internationalen Wochen gegen Rassismus Teil der Bemühungen, Menschenrechte zu schützen und Diskriminierung zu bekämpfen. Zwei Spielplätze in Prenzlauer Berg und Karo sind nach Reparaturen wieder geöffnet. Neue Spielhäuser wurden aufgestellt, da die alten Geräte unbrauchbar waren. Auf dem Heinz-Knobloch-Platz in Pankow wird der Spielplatz bis Ende Dezember modernisiert. Es gibt dort neue Geräte für Kinder, darunter inklusive Elemente für barrierefreie Spielen. Die Stadträtin betont die Bedeutung von Sicherheit und Teilhabe für alle Kinder. Im Wedding kam es zu einem Unfall zwischen einem Polizeiwagen und einem Taxi. Der Polizeiwagen fuhr bei Rotlicht mit Blaulicht in eine Kreuzung und kollidierte mit dem Taxi. Beide Fahrer blieben unverletzt, aber eine Beifahrerin im Polizeiwagen verletzte sich an der Hand und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Ein Verkehrskommissariat ermittelt jetzt die genauen Unfallursachen. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es überwiegend dicht bewölkt, aber es bleibt trocken, bei einer Tiefstemperatur von 2 Grad. Am Mittwoch ist am Tag der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen, bei einer Höchsttemperatur von 4 Grad. Das war aus Berlin für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.